Herzlich willkommen bei Venari. Uns erreichen täglich unfassbar viele Nachfragen hinsichtlich der Bildleistung vom Pulsar Krypton und vom Infrared CR50. Wir haben einen kleinen Fingertest gemacht. Ich bin also auf 100 Meter, habe die Arme auseinandergebreitet, die Finger gespreizt und bin schrittweise auf die beiden Wärmebildgeräte zu. Wir haben durch das Zielfernrohr mit einem externen Rekorder gefilmt, um tatsächlich die Abbildungsleistung, so wie das menschliche Auge sie wahrnimmt, durch das Zielfernrohr einfangen zu können. Im Realität ist es natürlich noch ein bisschen besser, aber man kann deutlich sehen, welches Gerät die bessere Detailabbildung hat. Bleibt gesund und uns gewogen. Allzeit weit man's heil. Euer Venari-Team.